Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 29. November mit Zoe Tassovali. Schön, dass ihr dabei seid. Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich weltweit aus. Darüber sprechen wir die letzten Tage schon. Die Weltgesundheitsorganisation hat jetzt das globale Risiko, sich mit der Virusvariante zu infizieren, als sehr hoch eingestuft. Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech untersucht währenddessen die neue Virusvariante. Zu dieser Variante laufen auch hier bei uns in Essen an der Uniklinik aktuell Untersuchungen. Dort liegen 2 Proben, die eventuell die neue Variante sein könnten. Das testet Ulf Dittmar mit seinem Team in Holsterhausen. Er hofft, dass es kommende Woche schon mehr Informationen zu dieser Variante geben wird. Ich denke mal, dass wir v.a. Informationen aus Südafrika kriegen werden. Die Kollegen sind da sehr intensiv schon am Untersuchen. Ich denke schon, dass wir in der nächsten Woche deutlich mehr Informationen zu dem Virus haben werden. Die Verdachtsfälle hier in Essen sind in Quarantäne und müssen davor erst auch 14 Tage bleiben, sagt die Stadt. Am Wochenende war bei einer normalen Probe auf das Coronavirus der Verdacht aufgetaucht, dass es sich schon um die neue Omikron-Variante handeln könnte. Die Corona-Zahlen bei uns in Essen haben unterdessen einen neuen Negativ-Rekord erreicht. Aktuell haben mehr als 3.000 Essener Corona. Das sind deutlich mehr als beim letzten Höchststand im September. Am häufigsten stecken sich aktuell Kinder und Jugendliche an. Außerdem müssen immer mehr Essener mit Corona ins Krankenhaus. Aktuell sind es 80 Fälle im Krankenhaus. Die Corona-Zahlen aus Essen findet ihr auf radioessen.de. Wegen der aktuellen Corona-Lage ist jetzt der Harzopfer-Weihnachtsmarkt abgesagt worden. Zu groß sei die Sorge um die steigenden Corona-Zahlen, heißt es auf der Webseite des Bürgervereins Essen Harzopf-Fullerum e.V. Viele Händler haben wohl schon vor der offiziellen Absage ihre Teilnahme zurückgezogen, sodass nur noch die Hälfte aller Stände dabei gewesen wären. Der Markt hätte nächstes Wochenende öffnen sollen. Auch andere Weihnachtsmärkte in Essen finden wegen Corona nicht statt. Z.B. die Nikolaus-Märkte in Katernberg und der Weihnachtsmarkt am Schloss Hugenpot in Kettwig. Kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, was nichts mit Corona zu tun hat. Heute, vor 50 Jahren, wurde der Essener Aldi-Gründer Theo Albrecht entführt. Er wurde damals mehr als 2 Wochen lang gefangen gehalten. Es war eines der spektakulärsten Verbrechen der deutschen Geschichte. Christian Bagner hat mehr dazu. Die Entführung von Theo Albrecht hält damals ganz Deutschland in Atem. 17 Tage lang wird der Aldi-Gründer hinter einer Schrankwand in einer Anwaltskanzlei in Düsseldorf festgehalten. Dann zahlt die Familie Albrecht 7 Mio. Mark Lösegeld. Die beiden Entführer kommen nicht weit. Kurz darauf werden ein überschuldeter Anwalt und ein Kleinkrimineller festgenommen. Theo Albrecht will sein Lösegeld später als Betriebsausgaben von der Steuer absetzen, kommt damit aber nicht durch. Die Entführung war wohl der Grund, warum die Aldi-Brüder ihr ganzes Leben in Bredeney extrem zurückgezogen gelebt haben. Es gibt gute Nachrichten vom Weg am Pausmühlenbach in Borbeck. Der ist jetzt wieder freigegeben. Dort ist eine natürliche Stützwand für den Weg eingesetzt worden. Die besteht aus mehreren Baumstämmen. Dazwischen ist Boden, in dem sich bald Pflanzen ansiedeln sollen. Durch die Wurzeln dieser Pflanzen wird diese 3 m hohe Stützwand noch stabiler. Der Weg musste abgestützt werden, weil immer wieder Teile davon abgebrochen sind. Der Pausmühlenbach in Borbeck hatte immer wieder Teile des Weges unterspült. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Heute Nacht ist es wechselnd bewölkt und gegen Morgen zieht wieder Regen auf. Die Temperaturen sinken auf rund 2 Grad. Die nächsten Nachrichten aus Essen gibt es hier bei Radioessen dann wieder morgen früh zu hören. Ab 6 Uhr, wie immer. Euch jetzt allen aber erstmal einen schönen Abend und später dann eine gute Nacht. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radioessen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.